Ich sag mal so, der Mann ist ein Naturereignis. Zwölfmal von der Schule geflogen, dann durchgeschlagen in Los Angeles, irgendwie mit Aushilfsjobs, dann nachts Drehbücher geschrieben, zwei Jahre lang Klinkenputzen gegangen, kein Film- und Fernsehproduzent wollte das Zeug haben, zwei Jahre später drei Oscars. Wie ist es damals dazu gekommen? Wie hast du selbst geschrieben auch? Wie ist es zu dieser Figur gekommen? Wie hast du das angelegt und entwickelt? Ja, wie alle Leute im Publikum. Jeder hat ja einen Traum. Jeder möchte was im Leben darstellen, wenigstens die Chance haben, was Besonderes zu werden. Ich habe mich dann also hingesetzt. Bis dahin hatte ich versagt, ich habe nichts hingekriegt. Aber manchmal, wenn man versagt, dann öffnet das die Tür zu was anderem und dann habe ich angefangen, was zu schreiben. Ich habe da meine Gefühle mit reingebracht. Ich habe dann einen Boxer eingesetzt, wegen der Symbole. Das Leben ist ja mein Kampf. Und ich hatte aber keine Ahnung, als ich das gemacht habe, dass das so viele Jahre halten würde. Und jetzt wird es dann auch noch ein Musical. Ist es wirklich wahr, dass du 22 Mal von der Schule geflogen bist? 12. Es ist ein bisschen seltsam. Also manchmal ist man schon kreativ, aber kein Akademiker. Also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, nennen sie das heute. Das Denken wandert da umher. Und als ich in der Schule war, da haben die das nicht verstanden, diese psychologischen Unterschiede. Und da musste ich dann immer weg und raus und weg zur nächsten Schule. Also ich bin dann eben auch nie in die Schule gegangen, sondern lieber ins Kino. Aber am Ende hat sich das ja alles bezahlt gemacht. Mal so einen alten Lehrer von früher getroffen? Ja, das habe ich schon. Jeder hat gesagt, also damals, da haben wir alle gesagt, oh Gott, also da endest du nur auf dem elektrischen Stuhl. Ich habe dann gesagt, ja, ein bisschen besser ist es schon. Aber die haben ja dann gesagt, du passt nicht rein, aber die meisten Schauspieler passen irgendwo rein. Das sind eben andere Leute, die sind was anderes. Dann kommt Investor Stallone plötzlich an den Broadway. Wie kam es dazu? Das ist wirklich unglaublich. Das ist erstaunlich, auch für einen Film wie Rocky. Diese vielen Jahre später, also 1974, 1975 war das ja, aber jetzt stehen wir heute hier. Zwei Generationen später. Und jetzt kommt Rocky zum Broadway.